Perfekten Boxenstopps sind natürlich der Schlüssel zum Sieg und da sind meine Jungs besonders sehr gut drauf, weil die da jeden Tag üben, jeden Tag trainieren und das sehen wir jetzt gleich. So Bruno und jetzt du. Okay, ich bin bereit. Oh, die sind schön warm. So jetzt ist es um Auflösen. Ja. Ruka! 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 Scheiße! Ruka! 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 Sieht ihr Kugel? Riley? Ich bin ein bisschen spät dran! Ei ei ei! Das hat Spaß gemacht. Das war sehr interessant. aber ich glaube, ich bin doch viel besser beim Fahren als beim Reifenwechseln. Aber wenn ich ein bisschen trainiere, vielleicht werde ich besser. Aber nicht so gut wie dem.